Hallo zusammen, heute mal wieder ein deutscher Beitrag für die ganzen deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich habe am Samstag aber Spannendes erlebt und zwar habe ich einen Vortrag halten dürfen bei unserem Deutschlandverband und zwar dem Verein für ökologische Schädlingsbekämpfung, kurz FÜRS. Die Internetadresse blenden wir mal ein. Und der FÜRS macht ganz spannende Vortragsreihen, immer diesmal wieder in der Deuler. Und es ging vor allen Dingen um Antichorgulantien, Rontizide, also Gifte. Und es ging um Alternativen, neue Produkte wurden vorgestellt, es wurden auch Pathogene erklärt von Dr. Rainer Ullrich. Und ich durfte auch ein bisschen was über digitale Schädlingsbekämpfung und grüne Schädlingsbekämpfung erzählen. Das war mega spannend, hat total viel Spaß gemacht. Ich habe in die Gesichter geblickt und ganz viel Begeisterung gesehen. Ich weiß noch vor sechs, sieben Jahren, als wir da Vorträge halten durften, die ersten Male für das Thema, da musste man fast eine kugelsichere Weste tragen, weil die Leute sehr kritisch waren und gesagt haben, nichts geht über meine Gifte. Und heute war das, also am Samstag war das ganz anders. Das war verrückt, wie viel positive Energie zurückgekommen ist und wie bereit der Sektor für grüne und digitale Alternativen ist. Und wie viel Lust die Leute haben, diese auszuprobieren. Ja, schaut es euch einfach mal an. Es war, glaube ich, spannender Inhalt. Es ging auch viel um unsere Geschichte und um die Zukunft unseres so wichtigen Sektors. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin Daniel Schoer, 32 Jahre. Meine Wurzeln sind Paderborn und Münsterland. Deswegen kam mir die ganzen Orte hier von dem Vortrag gerade von Rainer sehr bekannt vor wie Billerbeck. Ja, und heute geht es um digitale und grüne Schädlingsbekämpfung bei mir. Und das ist ein Thema, was deutlich praxisorientierter sein wird. Denn ich bin kein Wissenschaftler, habe nicht promoviert und werde jetzt euch weniger mit Tabellen langweilen, um das despektierlich zu sagen. Sondern es wird eher praxisnah sein. Denn, also was uns auszeichnet, ich erzähle noch gleich ein bisschen zu meinem und dem Hintergrund der Unternehmensgruppe, die ich heute repräsentiere. Wir sind Praktiker. Das heißt, wir probieren unglaublich viele Sachen aus. Wir sind neugierig. Und ab und zu ergibt sich was Gutes daraus. Ab und zu halt nicht. Aber das ist, glaube ich, wie es vielen von euch geht. Man muss immer wieder individuell agieren. Wir sind nager gerade. Ich fand es super, was Stefan gesagt hat. Stefan Ende Pohls, das Gesetz der 12. Ratte. Sehe ich genauso. Jeder von uns hat ja so den einen Kunden, bei dem es irgendwie anders ist. Das kennen wir alle. Und ich erzähle heute mal so ein bisschen was von unserer Geschichte. Also ich finde es immer irgendwie witzig, wie Leute zu Schädlingsbekämpfung kommen. Bei mir ist es so, dass meine Mutter bei Rentokil gearbeitet hat. Schon vor vielen, vielen Jahrzehnten hat er meinen Vater eingestellt und auch jemanden namens Rudolf Klutes zur Firma gebracht. Der dann nachher vor 26 Jahren Biotech Klute gegründet hat. Ich glaube, wir kennen alle die Firma. Und der Sohn Oliver Klute, einer meiner besten Freunde, hat Futura gegründet. Und alleine diese Namen Biotech, also diese Zusammensetzung aus biologisch und technisch und Futura Zukunft sagt schon sehr viel über das, was ich heute erzählen werde. Eigentlich ist damit schon fast alles gesagt. Warum erzähle ich das auch zum Hintergrund der beiden Firmen? Weil wir uns nicht beschränken, also wir sind super, super leidenschaftlich, was Schädlingsbekämpfung angeht. Und das haben wir ja nicht häufig, weil es ein ziemlich komischer Sektor. Und die meisten, wenn man das auf der Cocktailparty erzählt, schulden erst mal meinen Kopf und fragen, in was für einem Sektor bist du? Ich war früher Banker und danach haben sie nicht mehr gefragt, wenn ich gesagt habe, ich bin Banker, haben sie gesagt, okay, alles gut, soll das ein Bier trinken. Aber Schädlingsbekämpfer wollen sie mal ein bisschen mehr wissen. Und wir haben es, zum Glück sind wir alle, auch die Kollegen und Kolleginnen, die da sind, mega, mega leidenschaftlich, was das Thema angeht. Und unser Ziel ist es wirklich, ganz viele Sachen in der Branche neu zu denken und nicht nur uns zu konzentrieren auf die Dienstleistung, nicht nur uns zu konzentrieren auf das Produkt oder die Distribution oder damit Geld zu verdienen, sondern unser langfristiges Ziel. Wir sind halt kein Investoren geführtes Unternehmen wie die Großen, sondern wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, sind da auch sehr stolz drauf, weil wir da selber agieren können und selber Entscheidungen tragen können und auch die Verantwortung dafür tragen. Und unsere Leidenschaft, wir haben nur dieses eine Leben und wir alle arbeiten mindestens sechs bis zehn Stunden pro Tag in dem Sektor der Schädlingsbekämpfung, wir wollen da was bewegen. Wir wollen es besser machen, deswegen ist unsere Intention immer Sachen zu hinterfragen. Und alles, was ich heute vorstelle, wird sich ganz viel darauf beziehen, dass wir Sachen ausprobiert haben, die wurden dann irgendwie zu Produkten, wir konnten uns gar nicht dagegen wehren und manche von denen wurden erfolgreich, manche waren weniger erfolgreich. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf die Reise, zeige euch ein paar von den Dingern. Was mir ganz wichtig ist, diese Leidenschaft für Schädlingsbekämpfung meinen wir wirklich ernst. Vieles hat heute den Titel, giftfrei, digital, grün, non-talks, das sind so Buzzwords, die ich hier auch auf den Strohhalmen gelesen habe. Wir sind aber damit nicht Opportunisten, die sagen, ey, die grüne Welle, lass da mal richtig abcashen, sondern bei uns ist es so, dass wir es wirklich hinterfragt haben und schon damals bei Unternehmensgründung gesagt haben, wir geben möglichst ökologisch vor. Und schon 2006 übrigens, also 13, fast 14 Jahre in der Vergangenheit, haben wir die erste digitale Falle gebaut. Und über digitale Fallen rede ich heute, bin ich auch ganz stolz. Ich habe damals noch mal ein Abi gerade gemacht, als Oliver Klute mir und ich mir E-Mails geschrieben haben. Und Olli sagte, ja, ich glaube, dieses Schädlingsbekämpfung, was unsere Eltern machen, ich glaube, mit einer digitalen Falle anstatt Gift, das könnte gut funktionieren. Und so haben wir schon ganz früh darüber nachgedacht, so etwas zu machen. Und damals auch umgesetzt mit viel Geld und auch viel, wie Herr Wiesner ja auch sagte, er sagte, ein oder andere Taler ist über den Tresen gerollt. Das war bei uns auch so viele, viele Jahre, wurden wir für digitale Schädlingsbekämpfung unserer Überzeugung, das ist irgendwann mal die Zukunft, wir waren schon sehr zu früh, aber jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt ist es wirklich sehr zeitnah, Präsent und Zukunft. Wir wurden dafür früher wirklich belächelt. Viele haben gesagt, die spinnen doch, die machen irgendwie digitale Fallen und die funktionieren doch eh nicht, komm, wir nehmen unser Gift wieder. Und heute ist es so, dass genau die Leute, die das gesagt haben, heute Manns- oder Frau genug sind und zu uns kommen und sagen, vor allem zu Oliver, der Gründer ist und die Ideen alle hatte, und sagen, Leute, Respekt, das haben wir nicht so gesehen, das sind tolle Produkte geworden und wir glauben wirklich, dass wir die gebrauchen können. Und das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl für uns und damit schließe ich jetzt gleich schon, dass wir uns etwas ausdenken, wir alle zusammen, auch mit dem ganzen Team drumherum, wo ganz viele findige Leute eben dabei sind, die uns Ideen geben oder tolle Partner, die uns Ideen geben, und mit denen wir uns selbst halt anreichern und weiterbringen. Ja, und das ist die Mission, einfach tolle Sachen herzustellen und zu nutzen. Deswegen brauchen wir heute Dienstleister und können nicht nur Hersteller sein, um diese wirklich, ja, um unseren Markt, den wir so lieben, die Schädlingsbekämpfung, zu verbessern. Denn wir glauben, wir haben die letzten 20, 30 Jahre nicht so viel verändert in unserem Sektor und wir glauben auch, dass viele unseren Sektor einfach unterschätzen. Viele sagen, ja, da geht es um Schädlinge und ein paar Krankheiten, ja. Ja, aber ich glaube, natürlich ist der Sektor nicht so sexy, wir haben mit Schädlingen zu tun, mit Ratten, mit Mäusen. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal drüber nachdenken, alles, was wir in der Hand halten, was wir konsumieren, was wir essen, was wir trinken, unsere, die pharmazeutischen Mittel oder Medikamente, die wir zu uns nehmen, All das wird von Schädlingsbekämpfern vor allen Dingen und Hygienefirmen, ja, überwacht. Und wir kümmern uns vor allen Dingen um die Lebensmittelsicherheit und damit die Sicherheit der Menschen und die Gesundheit des Menschen. Und ich denke, nach der Nahrung, nachdem die Nahrung, also nach der Gewinnung der Nahrung, ist die Schädlingsbekämpfung einer der wichtigsten Sektoren der Welt. Deswegen bin ich wirklich stolz darauf, in diesem Sektor zu arbeiten. Und ja, jetzt fange ich mal ein bisschen an mit der Agenda. Ich habe ja schon ein bisschen was vorweggenommen und ich beeile mich ein bisschen, ja, damit ein bisschen Dynamik da dran bleibt. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Deswegen überspringe ich einfach die Agenda mal. Warum tun wir, was wir tun, habe ich gerade auch schon erzählt. Und die Geschichte, unsere Motivation, warum wir das so machen, wie wir es machen, kam nicht unbedingt primär mit dem ökologischen Gedanken, den ich gleich auch nochmal hervorhebe. Sondern es kam vor allen Dingen auch daher, dass unsere Kunden, Lebensmittelbetriebe oder Pharmabetriebe, Logistikbetriebe gesagt haben, Leute, wir haben IFS, IB, BAC, was auch immer, wir können keine Gifte mehr nutzen, habt ihr nicht Alternativen. So kam das und wir hatten Probleme mit Resistenzen, wir hatten Probleme mit den neuen Risikominderungsmaßnahmen. Auch wie Herr Wiesner sagte, gefühlt kam jede Woche irgendwie ein neues Update dazu. Das hat sich jetzt ein bisschen normalisiert, aber das sind nach wie vor Rahmenbedingungen, die es uns schwierig machen, konstant zu arbeiten. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir nutzen zum Beispiel Fallen. Wir sind ein großer Verwechter von Fallen. Heute gelernt darf man nicht von A nach B unbedingt tragen, sehe ich auch nicht so praxisnah unbedingt. Also unsere Fallen bleiben immer an einem Ort eigentlich, müssen wir im Hinterkopf behalten. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Motivation. Aber die Umwelt ist nichtsdestotrotz mega, mega wichtig. Ich bin ja Generation Y mit meinen 32 Jahren. Die Generation, die noch kommen, meine Patenkinder und so, das ist nochmal eine ganz andere Schippe. Und, ach, ist gar nicht weitergegangen. So, okay, wieder zurück. Ich denke mal, viele von Ihnen haben das beobachtet, die Umweltbundesämter dieser Welt, muss man sagen, nicht nur Deutschland, sondern auch skandinavische Länder, England und so weiter, mit denen wir im engen Austausch stehen. Die haben viele, viele Studien rausgebracht und diese Studien sind uns allen nicht neu. Just fand ich sehr spannend, im November 2018 die Studie von Frau Dr. Regnery, die gesagt hat, dass mittlerweile in der Mosel war es, Fische wurden seziert, große Rückstände oder, ja, ich sag mal, Rückstände von Anticoagulantium, vor allem auch alten Generationen, wurden gefunden. Und das ist ziemlich alarmierend, weil es mittlerweile dadurch in der Nahrungskette ist. Und jetzt haben wir mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ganz viele Studien und wir reden ja immer über Gifte. Ich will heute gar nicht so, ja, da drauf eingehen, was Gifte alles und wie es alles funktioniert mit dem Kreislauf, der in einer Ausbildung abgefragt wird. Ich will heute mal auf die Menge und auf die Quantität eingehen. Wie viele Gifte wir nutzen. Es gibt Zahlen, die sind teilweise Schätzungen, das sind Erhebungen. Es gibt aber keine offiziellen Zahlen, was ich interessant finde, weil Gifte, ich sag jetzt immer Gifte, jeweils, das habe ich mir irgendwie angewöhnt, Runtizide, Anticoagulantien und was auch immer, sind ja PBT-Stoffe, also persistent, bioakkumulativ und toxisch. Persistent, bleiben lange in der Umwelt, bioakkumulativ, reich an sich an, toxisch, glas Gift. Und deswegen sollten wir das ziemlich ernst nehmen. Und wir haben die Zahlen mal zusammengestellt, ich mache das mal aus dem Kopf. 2015 haben Profis, also wir, eine Million Kilogramm Runtizide benutzt in einem Jahr. Ja, private Verbraucher, da wird gesagt, dass sie drei bis neunmal so viel wie Profis nutzen. Und dann haben wir noch die Landwirte als dritte Kategorie. Und die Landwirte haben so ohne Dreh anderthalb Millionen. Na ja, gehen wir von fünfeinhalb Millionen aus. Und dann haben wir eine ganz simple Rechnung gemacht, weil ich wollte mir das vorstellen, was sind fünf Millionen. Und dann hatte ich eine Europalette, die ist 1,06 Meter hoch. Und 1,06 Meter habe ich ausgerechnet, 240 Kilogramm. Und dann hatten wir 5, noch was Millionen Kilogramm pro Jahr, nur in Deutschland. Und dann habe ich überlegt, wie hoch ist der Turm, wenn ich die Europaletten übereinander stapel? Also, 78 Mal so hoch wie der Eifelturm. Ich finde es ziemlich krass und das ist bei der ganz konservativen Schätzung. Denn ich war zum Beispiel, also da war ich letztlich noch und ich war auch schon mal im Burj Khalifa. 28 Mal so hoch wie das Burj Khalifa. Also ich kann die Spitze von dem Ding kaum sehen, wenn ich da vorstelle. Und das sind die konservativsten Schätzungen. Also wenn wir von einem Median ausgehen würden, dann wäre es wahrscheinlich 150 Mal der Eifelturm. Dann ist Deutschland 3% des Gesamtmarktes. Und wenn man das hochrechnet, dann ist die Höhe der Paletten, wenn man die übereinander stellt, genauso hoch wie die Strecke, die ich mit dem Auto fahre von Berlin nach Paris. Das heißt, stellt euch vor, ihr fahrt mit 200 oder sagen wir 150 kmh in eurem Auto. Und wenn ihr einmal einatmet und ausatmet, sind schon wieder 200 Paletten so ungefähr vorbei. Also es ist einfach krass, wie viele persistente, bioakkumulative, toxische Stoffe wir ausbringen. Und da meine ich nicht nur uns, wir sind ja die Kleinsten. Landwirte und Privatkonsumenten sind da auch noch mit dabei. Und das hat uns so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also mal davon abgesehen, dass wir gesagt haben, es gibt effektivere Lösungen, lass uns die mal ergründen oder selbst bauen. War das hier etwas, was uns wirklich mittlerweile zum Nachdenken gebracht hat. Und wo wir mittlerweile auch, weil wir diese Thesen aufstellen, Alternativen liefern, häufiger eingeladen werden. Unter anderem haben wir in der EU, in Brüssel schon gesprochen, in der EU-Kommission. Und sind darauf sehr stolz, dass wir diese Message so ein bisschen weitertragen dürfen. Ja, unser Konzept, was wir für uns uns ausgedacht haben, was nichts Neues ist, versuchen wir aber sehr stark zu leben. Besteht halt aus IPM, File, Monitoring und so weiter. Und es ist wie gesagt, ein Konzept ist die Lösung und nicht nur ein Produkt. Und all die Produkte, die ich heute vorstelle, sind einfach nur die Produkte, die für uns funktionieren. Muss nicht heißen, dass es für euch auch funktioniert. Aber wenn jemand von euch Fragen hat, dann stehe ich gleich meine E-Mail-Adresse am Ende jederzeit zur Verfügung. Wir schicken auch super gerne mal Testpakete raus. Denn daraus entsteht, so finden wir, Innovation, wenn man mal ein paar Sachen ausprobiert. Für mich sind immer noch die Basics der Schädlingsbekämpfung, die wir alle seit Ewigkeiten kennen und uns langweilen, sind immer noch essentiell. Also IPM, wir haben über landwirtschaftliche Betriebe gesprochen. IPM wurde für landwirtschaftliche Betriebe erfunden. Ich finde, es ist immer, wenn das hier unsere Brotfabrik ist, bin ich immer noch dafür, dass wir sagen, okay, bevor wir hier irgendwas machen, machen wir da hinten das Loch dicht und sorgen dafür, dass die Paletten, die reinkommen, überprüft werden. IPM halt. Aber da sehe ich euch nichts Neues und da geht es auch nicht näher drauf ein. Das kennt ihr alle. Monitoring ist für uns super wichtig, weil häufig, also ich kenne das noch von meinen Eltern damals, bei Rent2Kill, da konnte man noch permanent beködern und das war auch eine Art Monitoring. Heute machen wir das ganz anders. Wir nutzen zum Beispiel digitale Technologie oder eben diese Produkte, die wir von dem Brand, den wir Nara genannt haben, übrigens für Non-Allergene Rodent Attractant, also Allergenfreiheit, weil wir sehr viel in der Lebensmittelindustrie arbeiten und da ist es ein großes Thema. Und ihr seht, ich zitiere hier mal, das denke ich mir selbst aus, Dr. Robert Corrigan oder Bobby Corrigan, wohl der weltweit angesehenste Rodentologist, also Naga-Forscher. Giftfreies Überwaffen mit Nara ist sogar, und da sind wir ziemlich stolz drauf, vom AIB zugelassen. Der AIB hat ja immer gesagt, ey, bei uns keine Attractantien oder Köder oder Monitoring-Produkte, gar nichts. Und dann hat ein Kunde manchmal IFS und AIB und da weißt du nicht, was du machen sollst. Und jetzt mittlerweile haben wir als erstes Unternehmen es wirklich geschafft, unsere Paragraph 18 zertifizierten Fallen, auf die ich gleich zu sprechen komme, wie auch die Naras, auch vom AIB den grünen Haken zu bekommen. Wie funktioniert das? Ist im Endeffekt übrigens wie ein Gummibärchen, das riecht weich, riecht nach verschiedenen Sachen, Fisch, Fleisch, Mango für vegetarische Hausratten, also Früchte. Und Schokolade ist mein Liebling, weil das Nutella riecht ganz gut. Und der Klassiker Vanille im Blau und die Tiere finden, es riecht halt ganz ehrlich, also wenn ich hier mal Nutella esse, sind auch künstliche Aromen von den größten Aromenhersteller. Das ist das Gleiche, nur eben weich gemacht, die Naga knüppeln daran. Ich mache die Box auf oder habe einen digitalen Sensor, der mir das sagt. Ich mache die Box auf und ich sehe, oh, da habe ich eine Ratte oder eine Maus. Ich sehe auch noch die Bissspuren. Anders als bei organischen Blöcken, wo es teilweise auch Schnecken oder Insekten sind, was dazu führt, dass die Blöcke geringer sind oder weggefressen worden sind oder sonst was. Das ist für uns Naga, ist eigentlich auch bekannt. Wie gesagt, mitnehmen, ausprobieren oder mich fragen. Gorilla Traps, wir haben immer gerne mit Fallen gearbeitet, unter anderem hier, wenn ich mal in die Richtung gucke, große Inspiration für uns alle, glaube ich, muss ich echt mal anerkennen, sage ich immer wieder, ist einfach Rainer Bartels, sein Papa, der so toll damals uns wirklich allen mitgeteilt hat, wie man wieder mit Fallen effektive professionelle Schädlingsbekämpfung betreiben kann. Kudos wirklich an Rainer. Und wir haben gesehen, wir arbeiten dann mehr mit Fallen und es hat auch Spaß gemacht, aber die Fallen, die wir genutzt haben, ja, die waren uns nicht... Wir sind halt Deutsche, ne? Also wir haben hohen Qualitätsanspruch, haben wir in der Welt gemerkt. Wir exportieren mittlerweile auch die Fallen in über 30 Länder und wir sehen einfach, dass wir Deutsche schon ganz andere Qualitätsanspruch haben als zum Beispiel nicht die Niederländer, die haben auch einen hohen, sondern eher so die Amis oder, keine Ahnung, Südafrikaner oder so. Die Holländer sind uns sogar sehr nah. So, Spaß beiseite. Auf jeden Fall haben wir dann immer gesagt, Klaus, du bist dich erinnert, wir machen niemals unsere eigenen Fallen. Und zack, irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, Kness mit dem war in einer Kollaboration und Bell, die haben ihre Fallen so ein bisschen angepasst, reicht uns aber nicht, wir mussten unsere eigenen machen. und haben mittlerweile die einzige, Paragraf 18, Infektionsschutzgesetz und wird Bundeseinhalts geprüft vor dreieinhalb Jahren, zugelassene Mausefalle. Hatten Fall ist gerade im Test, hier zu sehen, übrigens mit dem digitalen Sensor darunter, hier an der Antenne ersichtlich und die sind auch blauer Enge zertifiziert. Die Fallenvorteile stehen hier, hat Herr Wiesner gut erläutert, müssten uns allen aber auch echt geläufig sein, finde ich. Sind viele Vorteile. Auch interessant, repelieren, macht was keiner. Ich weiß zum Beispiel, dass es diese Ultraschallgeräte auf Amazon gibt, die verkaufen sich in Millionen und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es ein bisschen Humbug ist. Aber Repelenzien funktionieren schon, ja, also nicht in 100% der Fälle, das ist wieder das Gesetz der 12. Rate. Aber ich würde jeden anregen, also wir haben zum Beispiel diese Marke, die gründet Green Hero, da gibt es solche Produkte, auch so ein bisschen in eurem Richtung schauen, von euch inspiriert. Das sind Produkte, die wir zum Beispiel in der Dienstleistung mit benutzen, um einfach dieses kleine Fünkchen des Ausprobierens und der, keine Ahnung. Also es gibt halt immer diese Impulterabilien von verschiedenen Mäusen und man kann es nicht berechnen und manchmal funktioniert es einfach ganz gut. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Und jetzt kommen wir ein bisschen mehr ins Digitale. Und jetzt habe ich einen coolen Fakt. Eine Freundin von mir hat ein großes Logistikunternehmen und da sind wir auch an so einem Institut, wo wir mit denen forschen. Und die hat mir gesagt, oder der Professor von dem Institut hat mir gesagt, 40% aller Intralogistik wird bereits mit autonomen Fahrzeugen und Robotern durchgeführt. Das bedeutet, das ist unser Logistiklager, Hochregal und so und da fahren diese autonomen Roboter hin, die aussehen wie die Staubsauger oder Rasenmäher und transportieren die bei Amazon oder sowas zum Beispiel, transportieren die Pakete. Und das wird 40% von denen, die sind riesig, wenn wir uns ein Amazon-Lager mal anschauen, wird autonom gemacht. Und ich habe so ein Auto, der kann so gerade, so autonom fahren, da muss ich so manchmal retten. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich aus, funktioniert nicht so gut. Aber da funktioniert es um 40%. Das ist krass. Und jetzt kommen wir und sagen, eine digitale Mausefalle, glaube ich nicht dran. Und wir alle haben aber ein iPhone 11 in der Tasche, das irgendwie mehr kann als alle Computer von 1990 zusammen. Also da fehlte uns bislang, glaube ich, die Vorstellung. Ist jetzt nicht so ein cooler Screenshot, aber klar, wir machen digitale Schädlingsbekämpfungsprodukte, hauptsächlich für Fallen, weil wir Fallen cool finden, aber nächstes Jahr kommen ein paar andere Sachen. Auch wieder Dr. Robert Corrigan, der sagte, it's a no-brainer, damit meint er, macht mega Sinn. Also ist doch klar, dass wir mehr Fallen benutzen. Ich fand es richtig spannend. Stefan Endepuls hat heute Morgen gesagt, es gibt ein Ablaufdatum, ganz klares Ablaufdatum für Antikorgulantien in Europa. Und wir sitzen hier mit Stefan Endepuls auch in dem Notchero und bei Bundesamtorganisierten in diesem Verband da, wo wir uns dafür einsetzen, Alternativen eben für Antikorgulantien mehr in den Fokus zu rücken. Und auch da hat er das gesagt. Das heißt, ich finde es spannend, dass jemand von Bayer, aber auch die Kollegen von BSR, von Co., in Sistex und so, die, wie sie alle heißen, in Liefertec, sind sich da alle einig. Und auch die großen Distributoren haben schon in diesen kleinen Gremien gesagt, Leute, das bleibt vorbei. Die Zukunft ist auch mega ungewiss. Was ich aber weiß, und werden glaube ich alle zustimmen, ist, dass wir in einer kleinen Revolution gerade stecken. Das heißt, digitale Sensoren werden immer günstiger, immer besser. Und dadurch werden sie attraktiver in der praktischen Nutzung für den Schädlingsbekämpfer, weil sie messbar Inhalte liefern, Informationen liefern, aufgrund derer ich Entscheidungen treffen kann. Also sie werden irgendwie ein bisschen mehr an Wichtigkeit gewinnen. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Aber das hat ja die Zukunft, ist das Schöne an der Zukunft. Wir wissen nicht, was passiert. Das ist ein Screenshot von der App zum Beispiel, die digitale Fallen zeigt, wie wir sie überwachen. Eine digitale, ein Innovationchen, was wir noch gemacht haben, ist die sogenannte Pestcam. Wir alle nutzen Wildfallen. Wildkameras, kenne ich auch aus der Jagd. Jeder hat eine da rumliegen. Ist immer schwierig, wenn man die mal benutzt hat. Und dann fährt man da hin wieder zum Kunden eine Stunde und guckt drauf und ist nichts drauf. Dann ist es ein bisschen ärgerlich. Und irgendwann verstauben die hinten bei uns irgendwo im Lager, war das zumindest so. Und wir haben gesagt, komm, das soll die beste Wildkamera machen. Die haben wir zusammen mit einem schwedischen großen Unternehmen entwickelt. Und wir haben diese Kamera an unsere schon existierende App verbunden, wo unsere Emitterfallen drüber laufen. Das heißt, man kann so eine Wildkamera, die von außen die Hardware einer Wildkamera hat, nur mit der Software programmiert auf Nager. Also nicht auf einen Elefant oder einen Hirsch oder eine Wildsau, die ja die meisten damit monitoren wollen, sondern auf einen kleinen Nager. Und darauf haben wir die programmiert. Man muss da nichts dran einstellen. Da ist eine SIM-Karte drin, da sind Batterien drin, die hält ein halbes Jahr. Man kann die einmal kurz scannen und die schickt dann fünf Bilder pro Tag an meine App. Das ist für uns als Schädlingsbekämpfer eine kleine Veränderung, also bei derselben App wie meine digitalen Pfahlen. Und dafür hat es uns mega viel gebracht. Wir haben super viel mit dem Ding gelernt und lernen wir auch de facto noch. Unter anderem eine Sache, also ich würde mal ein Beispiel erzählen, was wir daraus gelernt haben, was richtig Spaß macht, muss ich sagen. Also ich bin auch ein bisschen vielleicht drüber mit meiner Leidenschaft für Schädlingsbekämpfung, weil ich ziehe mir morgen die Bilder rein, die meine Pestcam neu gemacht hat und gucke dann halt durch, was für interessante Sachen es da halt ergab. Und so kommt man auf Ideen. Alles macht schon irgendwie Spaß. Und eine Sache, die wir herausgefunden haben, wir haben nämlich 30 Kameras in die Kale-Sation gehängt und viele von euch machen ja auch Kanalbelegungen und bei uns ebenso, das haben wir viele Jahre gemacht. Das war für uns aber immer so ein, ja, so eine Unklarheit, was da unten wirklich passiert. Und deswegen haben wir alles da unten hingelegt, was es gibt. Ich meine, Anticimex hat ja diese tollen Traps, die für 1000 Euro. Dann gibt es diese schwimmenden U-Boote und ganz viele spannende Sachen. Und es gibt Rontizide, klar, es gibt Non-Tox-Sachen, es gibt Fallen. Und wir, ganz ehrlich, wie wir halt sind mit unserer kindlichen Neugier, haben alles da runtergepackt, was es gibt. Natürlich unseren Nara direkt, haben die Ratten nicht angefasst. Fallen direkt, alle Arten von Fallen, Groß, Klein, Holz, Plastik, nicht angerührt. Da haben wir da was, was haben wir noch mal nach dem Mittagessen? Würstchen? Würstchen. Würstchen, unser Kram, ja. Und nix wurde angerührt. Also wir haben schon mal, das ist auch das, was wir damals, natürlich wir den Kunden sehr viel Sicherheit verkaufen mit der Kanalbelegung. Was es de facto ist, wir haben hieraus unsere eigenen Schlüsse gezogen. Was wir aber herausgefunden haben, was uns neu war, ist, und jetzt mache ich mal einen Schritt weiter, da sieht man es eigentlich schon, die Ratten nutzen den Kanal als sichere Heimat, sag ich jetzt mal, oder Herberge und rennen hoch und runter und zum Beispiel in der Innenstadt von, keine Ahnung, wir kommen aus Paderborn, Paderborn, bei den Dönerfritzen, bitte? Großstadt. Was? Großstadt. Bürgersteige hochgeklappt, leider. Aber, naja, die kommen da halt raus, fressen den Müll, fressen bei der Dönerbude, bei der Pizzeria und verziehen sich wieder. Und wir Schädlingsbekämpfer kriegen das halt einfach nicht mit. So, und dann haben wir gesagt, wir haben es herausgefunden, hier sieht man das, seht ihr hier, die Matten, die Ratte, und da unten ist das Arsenal von Sachen, was wir da runtergelegt haben. Nichts hat funktioniert. Und die Ratte springt hoch, haben wir auf Video und kommt eben hier raus. Und wir haben eine ganz einfache Sache damals patentiert und das Produkt jetzt rausgebracht in Zusammenarbeit mit einem ganz entscheidenden Mann dahinten, der die Idee hatte, der Willi. Und zwar ist das hier der Auffangkorb, der hier unter den Gulli kommt. Da fangen zum Beispiel Blätter und all so ein Kram wieder drin aufgefangen. Und die Ratten haben da die Möglichkeit, an der Seite dran entlang zu klettern, sitzen im Korb, gehen aus dem Loch und fressen und wieder runter. Ihr kennt alle das Bild aus der Bild-Zeitung mit der dicken Ratte, die in diesem Loch feststeckt, oder? Ja. Ja, alle kennen das. Und genau das ist das. Diese Ratte hat genau das gemacht, was wir hiermit unterbinden wollen. Und zwar haben wir einen kleinen Clips gebaut, das ist das rote Ding hier. Red Cap haben wir das genannt. Schrift kommt von NASA, nicht weiter sagen. Vielleicht hinterher sehen wir es. Und dieser kleine rote Clips, der ist extrem günstig, der kostet nicht 1.000 Euro wie die Trap von Antic-Max zum Beispiel, sondern halt unter 20 Euro. Und den Clips man einmal drauf, der hält Jahre und die Ratten kommen nicht mal hoch und runter. Man kann auch zwei nehmen, dann hast du hier einen 360-Grad-Schutz, aber eigentlich so die eine Seite mit den Stufen notwendig. Und was ich daraus erzählen wollte, ja, es gibt es als Produkt und wir gucken jetzt mal, ob es erfolgreich ist. Wir finden es ganz spannend und uns leuchtet es ein, weil es easy ist. Auch wieder IPM übrigens. Da schüttet einer in den Kopf. Ich weiß es auch nicht. Wir können wetten. In zehn Jahren sprechen wir wieder. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, das Coole, wir haben irgendwas gelernt aufgrund von digitaler Technologie, haben irgendwas draus gemacht. Jetzt gucken wir mal. Keine Ahnung. So, die Zukunft ist jetzt, Daten und Fakten. Jetzt wollte ich eine Sache mal erzählen. Ich durfte die Daten von unserem CEPA, Verbandsmitgliedskollegen Antic-Max nutzen, weil alle sagen immer, ja, die Zukunft, eine Minute, mach es kurz, ne? Die Zukunft der Schädlingsbekämpfung und digital, das macht doch hier keiner, weil wir sind hier so kleine Betriebe, mittelständische Betriebe, Familien geführt, aber die großen, gebt mal auf Bayer, gebt mal Digital Pass Control ein, bei Google, da kommt direkt Bayer, die Rondizidhersteller, an erster Stelle, Antic-Max, Rento-Kiel, da steht nichts anderes auf den Webseiten, außer Smart, Digital, Connect, bla, bla, bla. Also mein großer Aufruf, weil mir die Branche so wichtig ist und vor allem der Mittelstand, wir alle hier, lasst uns zusehen, dass wir den Zug nicht verpassen. Wir haben die Flexibilität, die die großen nicht haben. Antic-Max, zurück dazu. In Schweden, danach, äh, 50.000 digitale Fallen haben wir schon im Einsatz, ihre Rundizide haben sie von 200.000 auf 100.000 Kilos heruntergefahren und, ja, ja, genau, das ist das, was ich meinte, dass es zum Beispiel Bayer und so noch gibt mit anderen Alternativen. Ich meine damit einfach, egal, ob Gesetze kommen oder nicht kommen, weiß ich selbst nicht, keine Ahnung, aber es werden Sachen passieren und die großen, die gehen mit voller Power auf digital. Warum? Ist messbar, müssen keine Kollegen mehr rumfahren, denken die sich, aber da kommen wir gleich zu, glaube ich, eher weniger. Also sollten wir es nicht unterschätzen. Ja, willkommen in Deutschland. Ich habe mal mit jemandem besprochen, der kam aus Richtung Kanalbau-Sanitär, weil da ging es auch so um Kanalabdeckungen, aber auch Indoor, der sagte, du brauchst eine Lebensweise, was du brauchst, ja, ist auch so. Brauchst du eine Verbindigung, wenn du das Abwassersystem baut, kann ich eben kurz beantworten, wir haben uns natürlich eine Absicherung geholt durch die Berliner Wasserbetriebe zum Beispiel, die ja so mit in Europa die angesehensten sind und deren Fachkreise und die haben es bestätigt, dass es total okay ist. Aber wir machen es nicht ganz zu, wenn es mal ist. Nein, nicht. Genau, kann man aber. Und trotzdem kommt noch Luft durch. Zirkulation. Nicht, es geht um das Wasser, das Wasser abläuft. Ja, ja, genau, natürlich. Aber wir haben ja noch den Schmutzfangenkopf, jetzt füllt es schon weg, der Schmutzfangenkopf, da kommt ja auch noch Wasser durch. Also auf jeden Fall. Das haben Sie recht. Nein, das geht um den Schmutzfangenkopf voll. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem noch, es ist noch, ja, haben Sie recht. Guter Punkt und das kommt auf jeden Fall noch durch. Ja. So, und dann sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Also unsere Devise ist mal, lass einfach mal anfangen. Es gibt einfach extrem viele Alternativen schon. Die Studien sagen, wir sollten handeln. Und wie gesagt, ich liebe unseren Sektor wirklich und ich sehe ganz häufig, dass wir rumlaufen mit diesen Autos und Handys und alles ist digital. Aber auch unsere Shedding-Bekämpfung ist noch so ein bisschen Kassettenrekorder. Und das ist irgendwie schade. Ganz viele Betriebe haben noch nie, das ist mein wichtigster Punkt für heute eigentlich, noch nie mit einer digitalen Doku gearbeitet bei einem Kunden. Und haben noch nie, sagen digitale Pfeilen, das funktioniert eh nicht, haben wir noch nie eine ausprobiert. Und meine große, ja, mein Appell an euch alle ist einfach, probiert es mal aus. Zum Beispiel unsere Pfeilen gibt es schon für 4 Euro im Monat, kann sich mal eine bestellen, sind 48 Euro. Und dann kann man damit einfach mal im Garten oder wie ich das mache, in meinem Gartenhäuschen, wo ich immer mal wieder ein paar Tiere kultiviere, ausprobieren und damit Erfahrungen sammeln. weil dann kann ich mitreden. Und ganz ehrlich, es ist super easy. Es funktioniert alles mit einer App und es ist echt, wir sollten es nicht unterschätzen und einfach mal ausprobieren. Und das ist auch unsere Devise. Wir machen Schädlingsbekämpfungen nach gesundem Menschenverstand. Also wir haben es nicht bis aufs Letzte durchdekliniert, wie die Wissenschaft gerade. Wir sind irgendwie Macher und Ausprobierer. Und der gesunde Menschenverstand hat uns da häufig schon irgendwo hingebracht, wo wir nicht mit gerechnet hätten, dass wir da hinkommen, indem wir einfach mal gesagt haben, wir probieren das jetzt mal aus. Heute sind wir ziemlich stolz darauf, dass wir ganz viele grüne, sinnvolle Alternativen haben. Aber nicht grün, weil wir opportun sind und denken, komm, damit verdient jetzt da Kohle. Selbe Scheiße im Grünen, nur grünen Sticker drauf. Nein, sondern wir haben das damals aus Idealismus schon gemacht und schon ganz früh, als alle über uns gelacht haben, gesagt, wir nehmen Geld in die Hand. Relevant viel Geld in die Hand. Um das umzusetzen. Und heute haben wir wirklich ein Portfolio von digitalen Pfeilen für Ratten, für Mäuse, für Wildtiere. Wir haben Kameras. Nächstes Jahr kommen ganz verrückte Sachen von uns raus. Kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sagen. Aber was passieren wird? Wir reden jetzt alle mal ganz viel über die eventuelle Limitation von Produzinen. Ob es kommen wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber was auf jeden Fall gerade passiert, es passiert irgendwas in unseren Köpfen und eine gewisse Knappheit und ein Zweifel passiert. Und dadurch entstehen Innovation. Die digitalen Produkte werden also ab jetzt und auch fallen. Es kommt jetzt nicht mal an, dass GSG einen neuen Tunnel gemacht hat. Okay, mit gerechnet. Und weiß auch nicht, wie das wird. Aber im Endeffekt, was ich sagen würde, ist, jetzt kommen ganz viele neue Fallen auf den Markt, ganz viele neue Tunnel auf den Markt und ganz viele neue digitale Sensoren auf den Markt. Und mit der Menge wird die Qualität besser. Mit der Menge sinken die Preise. Freutagversprecher. Und das kommt uns allen zugute. Wenn wir uns alle die Zukunft der Schädlingsbekämpfung vorstellen, das sagte Steve Gold, das ist ein englischer Forscher, der sagte schon vor fünf Jahren, als er sich mit uns getroffen hat, bei uns in Paderborn, der sagte, Daniel, die Zukunft der Schädlingsbekämpfung wird so aussehen, dass ein technischer Leiter vor ganz vielen verschiedenen Screens sitzen wird. Und da wird er in jeder Box, in der Ratten, Mäuse, Motten, Insektenbox wird eine kleine Kamera stecken. Der kann da jeden Tag reinkommen, muss er nicht. Sie macht die reingucken, muss er nicht. Sie macht die künstliche Intelligenz für ihn. Und dann kann man proaktiv handeln. Und das kombiniert mit einem IPM-Konzept und dann den richtigen, potenten Mitteln vielleicht. Oder auch nicht, wie gesagt, Zukunft, keine Ahnung. Da ich Generation Y bin und ein bisschen heute vielleicht provozieren darf. Sag ich mal, make pest control green again. Das ist so ein bisschen unser Claim. Und wir meinen es auch wirklich ernst so, weil diese Zahlen, die wir zusammengestellt haben, sind für mich als Generation Y sehr alarmierend. Und mir ist Greta Thunberg-mäßig die Zukunft natürlich mega, mega wichtig. Ohne jetzt komplett blindflug naiv in die Zukunft zu schauen. Ich weiß, dass Schädlingsbekämpfung vor allen Dingen eins sein muss. Und das ist effizient, weil es geht hier nicht um ein bisschen Spaß, sondern um Lebensmittel und Menschensicherheit. Deswegen sage ich auch immer, wir brauchen einen gesunden Mix. Aber ja, um jetzt mal hier einen Punkt zu machen, das ist eigentlich so die letzte Folie. Was mir am wichtigsten ist, ist, probiert mal aus, seid neugierig, bestellt ruhig mal was bei uns im Onlineshop. Da gibt es auch die ganzen Sachen umsonst übrigens, als Muster, wenn man eins haben will. Ja, und das ist so ein bisschen unsere Mission. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ihr könnt übrigens euch hier mit mir connecten. Und übrigens, eine Sache, die noch ganz spannend ist, wir machen auf YouTube Interviews mit Schädlingsbekämpfern, vor allen Dingen aus dem Ausland, weil wir in so vielen Ländern aktiv sind. Und das machen wir jetzt viel mehr noch in Deutschland. Wir haben einen ganz populären Gast für das erste Video, den verrate ich noch nicht. Und wir machen das in Zusammenarbeit mit dem DPS. Das heißt, ganz viele Interviews, wo wir Leute einfach interviewen, die was Besonderes machen, die was Traditionelles machen, die interessant sind in unserem Sektor, einfach um unseren Sektor für uns alle und auch die zukünftigen Generationen, Auszubildenden und Co. spannender und erlebbarer zu machen. Denn eins müssen wir sein, das ist mein Hauptclaim, zukunftssicher. Denn irgendwer wird irgendwann den Betrieb übernehmen und wird weitermachen. Und es kann nicht sein, dass ein Betrieb sich gar nicht weiterentwickelt hat. Noch nie eine digitale Falle, digitale Doku, grüne Alternativen ausprobiert hat. Vielleicht ist es auch nichts. Das ist auch okay. Jeder hat seine Nische. Landwirtschaft, Industrie, McDonalds-Filialen, was auch immer. Deswegen habe ich hier nicht das Allheilmittel, überhaupt nicht. Aber Zukunftssicherheit ist mir da nicht nur bezüglich der Produkte, die wir nutzen, sondern auch bezüglich eurer wirtschaftlichen Ausrichtung für die nächsten Generationen echt wichtig, damit wir in Zukunft weiterhin überleben können und der Menschheit dienen können. Das hört sich so krasser, was ist so. Und damit war es das. Ja, das war der Vortrag. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Wie ich auch im Vortrag gesagt habe, geht es darum, für unseren Sektor zukunftssicher zu sein. Es geht um Leidenschaft. Und was mir auch ganz wichtig ist, bitte sprecht uns an. Ich bin nicht alleine. Wir haben ein großes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die euch gerne kennenlernen, mit euch zusammen diesen Wandel der digitalen Transformationen in der Schädlingsbekämpfung vollziehen wollen und möchten. Also meldet euch einfach bei uns. E-Mail-Adresse Websites werden eingeblendet. Wie immer könnt ihr uns auf Social-Media-Kanälen folgen, unseren Kanal abonnieren und natürlich auf unseren Podcast, also Podcasts auf allen Kanälen hören oder bei YouTube die Videos schauen. Viel Spaß. Danke wie immer fürs Zusehen. Lasst uns zusehen, dass wir unseren Sektor, die Schädlingsbekämpfung, grüner und digitaler und besser machen können zusammen. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.